jo meine liebe freunde was geht herzlich willkommen zu einem neuen video bevor wir zum eigentlichen video jetzt kommen möchte ich mich erstmal für dafür entschuldigen dass das video gestern nicht online gekommen ist ja ich wollte das video eigentlich gestern schon hochladen aber mit ging es halt nicht so gut und ja schon mal sagen kommen wir zur eigentlichen sache also ich möchte mich für die ganzen 1000 abonnenten bedanken leute ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet dass es 1000 abonnenten werden ja das nach zwei wochen leute nach zwei wochen und nicht nur auf youtube läuft es gut sondern auch auf instagram es werden wirklich zahlreiche fanpages gemacht warte mal ich kann euch das auch mal kurz zeigen jemand zeigen ich weiß aber leider nicht ob ihr das hier sehe ich habe auch mein letztes bild paar markiert also ich kann euch die auch gerne mal vorlesen einmal team junus junus ist der beste junus mein king junus fangirls hab dich lieb junus amiri fanpage junus baby junus love you und das war jetzt glaube ich gerade mal die hälfte von den ganzen die ich habe und ja viele leute fragen mich auch ob man mit mir auch privat schreiben kann also leute ich habe auf instagram mit einigen fans eine gruppe da schreibe ich auch relativ oft rein aber die in der gruppe fragen mich auch oft ob die mit mir privat schreiben können oder dass ich denen eine nummer gebe also hier kriegt jetzt die antwort also meine nummer verschicke ich jetzt eigentlich gar nicht weil zurzeit schreibt mir auch schon sehr viele leute weil es gibt ja auch leute die meine nummer schon vorher haben deswegen wollte ich sagen ich schreibt mir am besten nicht privat am besten macht eine gruppe am besten auf dass ich dort also damit ihr auffällt mit der gruppe damit ich das sehe weil ich glaube ich habe hier drei gruppen einmal hashtag team junus amiri junus baby und junus army ja das wollte ich jetzt mal gesagt haben und ich würde mal sagen lese ich jetzt noch ein paar seiten vor johann gibt es noch junus love you king junus jones fangirls also ich blende auch noch mal zum schluss paar screenshots ein ja abgesehen jetzt von der von instagram es geht ja eigentlich um die 1000 abonnenten und ich finde es einfach krass leute nach drei verdammten wochen 1000 abonnenten zu haben und ich habe jetzt mittlerweile 1270 also ich habe hier so eine app wenn ihr das hier sehen könnt 1270 die zeit mir halt genau an wie viele abonnenten ich habe und ja ich wollte sagen dass ihr mich auch auf jeden fall richtig doll motiviert leute und demnächst werden auch richtig krasse videos kommen ja das wäre es von meiner seite leute ich würde sagen macht euch auf jeden fall bereit jetzt nach den ferien werden auf jeden fall noch mal richtige heftige videos kommen ich habe paar sachen für euch vorbereitet und falls ihr noch irgendwelche ideen habt schreibt sie in die kommentare meine sozialen netzwerke wie instagram snapchat ask facebook verlinke ich euch in der infobox wo ich es noch vergesse viele haben mich darauf angeschrieben dass die lust hätten auf einen zweiten teil ich weiß nicht wie ich das nennen so auf jeden fall habe ich bei meinen 1000 abonnenten special so ein video gemacht mit der wo mein bruder und noch ein kumpel ein boxhandschuh in der hand haben und wo sana drauf ist und ich verlinke euch das video noch mal in der video beschreibung falls ihr es noch nicht gesehen habt und viele haben geschrieben dass die bock auf den zweiten teil hätten und ich würde sagen bei 250 likes wenn ihr 250 likes schafft kommt auf jeden fall noch im laufe dieser woche so ein video und ja ich würde sagen hier kommen jetzt die screenshots und dann wäre das video beendet